Unsere Gesundheit, unsere Städte, unsere Energie, unser Lernen, Arbeiten und Denken im digitalen Wandel. Wir wollen Mitgestalter dieses Wandels sein, in Forschung, in Lehre und in unseren Ideen. Wir sind das HPI. Unser Campus. Hier machen wir als Hasso-Plattner-Institut die Entwicklungen der digitalen Transformation zu unserem Antrieb. Junge Talente werden bei uns zu Mitgestaltern der Zukunft. Mit einer Ausbildung, die nicht einfach Informatik lehrt, sondern die auf ein Mitwirken an zentralen Positionen der Gesellschaft vorbereitet. Zusammen mit der Universität Potsdam bieten wir als gemeinsame Digital Engineering Fakultät ein einzigartiges Angebot an Studiengängen. Wir bilden Digitalexperten aus, die hochkomplexe IT-Aufgaben meistern und ihren Platz finden in der Softwareentwicklung, in der Medizin, in der Datenanalyse oder in der IT-Sicherheit. Unsere Studierenden wissen, dass wir einiges von ihnen erwarten. Doch dafür bieten wir auch viel. Eine Ausstattung auf Top-Niveau, eine enge persönliche Betreuung und über das gesamte Studium hinweg wertvolle Kontakte zu unseren Partnern aus spannenden Aufgabenfeldern. Wir wollen, dass unsere Absolventen ganz oben mitspielen, aber nicht abheben. Deshalb fördern wir persönliche Stärken und Kompetenzen. Unsere vielfältigen Studentenclubs und zahlreiche Campusaktivitäten bieten Anschluss für wirklich jenen und garantieren eine Studienzeit, die ein Leben lang in Erinnerung bleibt. Ganz gleich, wohin es unsere Absolventen nach ihrem Studium führt, der Abschluss am HPI bildet den Ausgangspunkt einer Karriere im Digitalbereich. Die Herausforderungen des digitalen Wandels übernehmen wir auch in unsere Forschung und spiegeln sie in einer komplexen Vielfalt an Themen. Doktoranden und Mitarbeiter finden bei uns ein Umfeld, das ihnen die Möglichkeit bietet, sich voll und ganz auf ihre wissenschaftlichen Ziele zu fokussieren. In unseren Forschungsgruppen setzen wir auf Teamarbeit. Unsere Experten bringen ihr Domänenwissen zusammen, um sich über Themengrenzen hinweg auszutauschen und gemeinsam Großes zu schaffen. Den internationalen Diskurs öffnen wir mit unseren HPI-Forschungsdependancen. Sie verknüpfen unsere Forscher über Kontinente hinweg und bauen Wissenschaftsbrücken. Wir wollen wissen, für wen wir forschen. Darum leben wir den Austausch mit unseren Partnern der Industrie und mit wichtigen Institutionen. Wir hören genau zu und holen uns Feedback von Spezialisten. So realisieren wir Projekte, deren Ergebnisse zurück in die Gesellschaft fließen. In neuartiges Lernen, in die Entwicklung von Städten, in Energieplanung oder in unsere gemeinsame Sicherheit. Im Mittelpunkt unserer Forschung, der Mensch. Unser Werkzeug, Spitzentechnologie. In unserem Hightech-Labor arbeiten Computersysteme kommender Generationen. Zukunftsrechner, die uns die Chance geben, den wachsenden Anforderungen der IT-Landschaft immer einen Schritt voraus zu sein. Dass HPI-Entwicklungen regelmäßig den Weg von der Idee zum konkreten Produkt gehen und sich erfolgreich am Markt behaupten? Kein Zufall. Denn erste Schritte ins Unternehmertum fördern wir ganz bewusst. HPI-Startups erhalten von uns schon in frühen Phasen professionelles Coaching und Beratung. Wir unterstützen mit wichtigen Anschubfinanzierungen, um eine vielversprechende Idee zum echten Erfolg zu machen. Davon sind wir überzeugt. Digitale Transformation steht auch für ein Umdenken im Kopf. Mit unserem Studienangebot im Design Thinking bieten wir die Möglichkeit, neue Gedankenwege zu gehen. Offen für Studierende aller Fachrichtungen lehren wir die erfolgreichste Innovationsmethode unserer Zeit und bilden Innovationsexperten aus, die zu Botschaftern nutzerzentrierten Denkens werden. Ein umfangreiches Design Thinking-Angebot finden bei uns auch alle, die bereits fest im Berufsleben stehen. Ob Unternehmen oder Einzelteilnehmer, in unseren Kursen und Workshops heißt es, althergebrachte Strukturen aufbrechen und neue Perspektiven mitnehmen. Und wir wollen auch hier wissen, was dahinter steckt. Darum entschlüsseln wir wissenschaftlich die Mechanismen von Innovationsprozessen. Gemeinsam mit unseren Partnern des Hasso Plattner Institute of Design in Stanford wollen wir so Teamarbeit noch besser machen. Wir öffnen unser Angebot für alle. Mit unserer Online-Lernplattform bieten wir lebenslanges Lernen zu vielen verschiedenen Themen, kostenfrei und für jeden zugänglich. Spannende Einblicke ins IT-Studium geben wir direkt vor Ort an Schulen und begeistern für die Vielfalt der Informatik. Unsere Kurse für Schüler vermitteln schon frühzeitig IT-Wissen. Und Hackathons und IT-Camps stellen junge Nachwuchsprogrammierer auf die Probe. Und auch für alle anderen heißt es, willkommen am HPI. Denn unseren Campus verstehen wir als offene Plattform und diskutieren regelmäßig Themen rund ums Digitale und unsere Gesellschaft. Vielleicht nennt man uns ja deswegen Digital Lab Deutschland, weil wir Neues ausprobieren, weil wir verknüpfen und weil wir wissen wollen, was andere denken. 1999 startet das HPI seinen Lehr- und Forschungsbetrieb mit dem vollen Engagement und der Leidenschaft seines Stifters. Seitdem hat sich die digitale Welt um uns herum grundlegend verändert. Wir haben uns immer wieder mitgewandelt und uns angepasst. Heute stehen wir vor Herausforderungen, die spannender sind, als wir es uns je hätten vorstellen können. Und die Zukunft? Wir freuen uns darauf, Sie mitzugestalten. Wir sind das HPI. Wir sind das HPI.